So, direkt geht's weiter. Wir sind immer noch hier an diesem scheiß blöden Typ, den wir nicht töten können, nur weil er hinter so einem scheiß Kaschen steht. Das ist ein bisschen nervig, aber vielleicht will er sich ja mal bewegen. Hätte Vorteile. Wenn er sich bewegen würde. Guck mal, wenn wir entfernen lassen müssen, da ist was zum Explosives, da, 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 Dynamit. Ich bin nur so blöd, ne, ohne Star. Ja. Ich darf das da nicht machen. Ich kann da nicht mehr hingehen und ihn töten einfach mal so. Ah, Dorsau Gate. Ah, Dorsau Gate. Guck mal. Mantenete le vostre Positionen. Da ist aber da, denke ich, eine gute Deckung schon. Da aber noch, ne. Jetzt machen wir mal ganz kurz so, boah ich seh grad irgendwie nur grau, ok jetzt. Nein, da darf man nicht lang gehen, das ist scheiß Idee. Aber wie machen wir es denn sonst, jetzt mal ernsthaft, ich hätte eine andere Waffe reintun können. Ah ok, die sind gewarnt aber noch nicht mehr, oder? Genau. Che diavolo! Sehr schön. Hey Judy. Ja. Oh. Oh. Oh, nicht schon wieder. Ich hab mich denn die Jungs getötet? Ah. Ich bin für die Jungs. Ich bin für die Jungs. Oh, nicht schon wieder. wie alles klar sagt er da oh man ey das kann richtig heavy werden so 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 okay jetzt ist noch alles in Ordnung oh l'abbiamo chiuso in un angolo ok 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 Ja. sehr schön da kommt noch einer angetadelt ja ich meine irgendwann muss doch gut sein oder kommen kommt doch bestimmt keine mehr heute mit dem leise kriegten so Was ist das? Oh, komm. Nein, ich war so weit, ich war so weit, ich weiß nicht, das ist mit dem Leiser, wird bei mir glaube ich nie klappen. Ja, jetzt komm, ich geh kaputt, komm, ja, ist ja langsam, kratzt es ab. So, gut, gut, nee, dann langsam weiter, ich schaffe es jetzt, oh, da kommt jetzt entgegen, ich bin richtig heavy, gewitter war jetzt natürlich mega geil, wo alles übertönt, was man übertönen kann, auch ein Furzler oder so. Boah, das war knapp. Gute Träume. Schlechter Weg. Boah, ich denke, der da oben hier ist besser. So, so lang zum Tisch schlingeln, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Gedeckt werden, ist schon so ein Todesurteil, ohne Spaß. Davon ist auch schon der Eingang. Äh, sieht und sitzt. Ja, da, okay. Aber da muss ich ja auch wieder umdrehen, oh man. Boah, das geht wieder da, im Hintergrund sieht geil aus. Was ist das? Okay, ich bin drin, ey. Ich bin drin. Du, ich bin drin. Warte mal, warte mal, warte mal. Die erste Male? Explosiv. Explosiv. Enemy. 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 Oh du, Explosiv. Äh, maybe, wir erwarten noch ein Stück an. Ich kann auch warten, bis der runterkommt und dann können wir ihn eliminieren. Ich zeige euch mal wie. Und zwar, wir gehen einfach mal hier so, als ob es und sollten only werden. custody. Oh. Oh, da liegt er nicht gut. Da liegt er nicht gut. Da liegt er, verdammt, vergehen. Ja, wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann, tschau.